Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Cartoons sind doch nur was für Kinder. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mit mir, Virenschleuder Chris. Keine Ahnung, Halsentzündung Michael, ich weiß es nicht. Was hattest du in der letzten Zeit? Erkältung? Covid? Ja, ich hab nicht wirklich was. Du kriegst doch immer was aus dem Kindergarten mit oder so. Ey, ich will, also ich muss jetzt irgendwie zehnmal auf Holz klopfen, bevor ich hier irgendwas sage, irgendwas raushaue. Wir haben in der Tat seit gefühlt, Anfang Oktober hatte ich nix und die Kinder hatten auch nicht groß was. Aber dadurch, dass ich es jetzt ausgesprochen habe, sind wir wahrscheinlich wieder verdammt. Ja, es war ein bisschen ruhig gewesen hier auf diesem Kanal Leben, Krankheit, Live-Show, Content, Konsum. Ja. Und wir haben es gerade in einem anderen Podcast zu Loki schon irgendwie gesagt. Und wenn ihr, geht vielleicht mal zurück, hört euch zuerst den an, bevor wir jetzt hier bei Lower Decks Staffel 4 einsteigen. Was wir ganz fleißig tun werden, wo wir doch Staffel 3 völlig übersprungen haben und nicht weiter und irgendwie völlig vergessen haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Michael, auch diese Staffel 4, ja, auch hier ist Star Trek für mich einfach nur noch Content. Ich weiß nicht, wie es dir ging, auch das habe ich so weggebinged, das war okayisch, das hat mich nicht umgehauen. Mal gucken, ob ich mehr als zehn Minuten dazu sagen kann, weil ich mir halt so gedacht habe, okay, soll ich mich jetzt hier hinsetzen und einfach alle Easter Eggs runterbeten? Das könnt ihr euch im Internet dutzendfach anschauen. Da braucht ihr, glaube ich, irgendwie nicht uns dafür. Und, ähm, ist deine Begeisterung für Lower Decks noch so hoch wie nach der ersten Staffel und nach der Finale der zweiten Staffel? Eher hast du noch, wie begeistert wir vom Finale der zweiten Staffel waren. Und, äh, dann haben wir die dritte gar nicht besprochen und jetzt sind wir in der vierten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe das so schulterguckend, schulterzuckend irgendwie weggeguckt. Und du? Muss ich gar nicht sagen. Also immer, wenn es läuft, gucke ich es sehr, sehr gerne. Zugegeben, es ist keine Serie, wo ich sagen würde, Dienstags kommt sie raus. Ich muss sie direkt an dem Dienstag schauen. Es kommt wirklich vor, dass ich mir ein paar Folgen mal aufhebe und die dann in einem Stück weggucke. Aber für mich ist Lower Decks gerade aktuell nicht Content. Für mich ist Lower Decks eine schöne Serie, die man vielleicht auch nebenbei gucken kann. Die so ein paar Highlights dazwischen hat, die unglaublich sympathische und charismatische Charaktere drin hat. Und einen Witz, den ich vor allen Dingen verstehe und den ich sehr gerne mag. Die für mich aber so im Mittelfeld von allen rumhängt. Das ist etwas, was ich gerne gucke. Wo ich aber auch nicht viel drüber nachdenke, wenn ich es gerade nicht gucke. Es ist nicht für mich sowas wie der nächste MCU-Film oder die nächste Staffel Discovery, über die ich mich aufrege. Oder irgendwas anderes, was ich so mal weggucke. Es ist schon was, wenn ich es gucke, dann gucke ich es bewusst. Und das hatte ich auch wieder bei Staffel 4 und sogar bei Staffel 3. Und ich mag diese Serie und ich mag diese Charaktere. Ich mag die Geschichten, die da erzählt werden, weil sie einfach Spaß machen. Und wenn man sie einfach als Serie nimmt, die den Star Trek-Kasten, den Star Trek-Lore nimmt und mit diesem Lore rumspielt. Auch wenn es nur in warme Gefilde geht, die sehr bekannt sind. Ist es für mich etwas, wo ich gerne reinschaue. Alleine, wenn wir über die erste Folge reden, die komplett Voyager-Fan-Story ist. Oder wenn wir auf dem Ferengi-Nah sind. Oder wenn wir so einen Lokano dazwischen haben. Oder ähnliches. Und wenn dann mal wieder Batschi aus der Staffel davor kommt, ist es etwas, gucke ich mir gerne an. Und ich könnte mir die Folgen, das ist ein gutes Zeichen für so eine Serie, ich kann mir die Folgen mehrmals anschauen. Ich kann auch sagen, ein Jahr nicht gucken und dann habe ich Bock, mir die mal wieder durchzubinchen. Es ist nicht so Breaking Bad durchbingen, wo ich dann wieder gefesselt am Stuhl sitze und mitfiebere bis zum Geht-Nicht-Mehr. Nee, das ist das Soul-Food. Das ist das leckere Soul-Food, ohne dass es jetzt direkt McDonalds ist. Sondern vielleicht ein schöner Rap, den man sich mal zwischendurch auch selber machen kann. Ja, schön, dass es dir so geht. Ich habe es geguckt, ich habe es weggeguckt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wieder so ein bisschen, meine Begeisterung, also es ist Weißgott nicht schlecht. Und ich erkenne auch immer noch an, dass sie da ihre Ideen haben und so weiter. Und ich mag auch die teilweise neuen Charakter und was sie da so alles rausholen, was sie sich noch alles erinnern und so, was es da noch gibt im Star Trek-Universum, was man mit allem was machen kann und so weiter. Das heißt, alles irgendwie ganz nett, aber so, ich will nicht sagen, what's the point, aber doch so ein bisschen so, wo geht es jetzt irgendwie so weiter? Ich fand es sehr erfrischend natürlich, das Crossover mit Strange New Worlds. Das war natürlich wirklich ganz fantastisch. Da hätte ich eigentlich sogar ein bisschen erwartet, dass da jetzt in der Staffel schon was zurückkommt. Aber okay, war wohl nicht so. Ich meine, es ist immer noch besser, oh, können wir bitte noch ganz kurz über diese Short, Very Short Tracks reden? Boah, um Gottes Willen. Gut, damit ist alles gesagt. Was war denn das für ein Fail? Damit ist alles gesagt. Ich weiß, das sollte doch nicht veröffentlicht werden, oder? Da hat doch der Praktikant aus Versehen auf den Knopf gedrückt, oder? Naja, auch hier verstehe ich wieder, was sie damit erreichen wollten, aber auch, nein, das war, ich habe noch nicht mal Worte um diese Serie, um diese Kurzepisode zu beschreiben. Die reichten wirklich von, äh, bis, what the fuck, und was habt ihr denn da geraucht? Also noch nicht mal lustig, was habt ihr denn da geraucht? Ja, also ich habe, ich habe es wirklich so davor gedacht, okay, äh, was, was, was ist das jetzt, ja? Ja, aber das, verstehe ich, das ist ja das, was ich, ähm, auch ganz Anfang so ein bisschen sagte, da hat Lower Decks ja, oder Mike McMahon hat ja da durchaus, äh, mir da ein bisschen den Wind aus dem Segeln genommen, weil ich ja eben dachte so, okay, sich selber zu parodieren ist halt ganz schlecht. Aber das war exakt das, was schlecht ist, wenn man sich selbst parodiert. Also Lower Decks schafft das, ja, aber diese Very, Very Short Tracks, das ist genau wie diese Star Wars Detours, dass sie dann irgendwann mal Gott sei Dank nie released haben, aber genau so ein Ding. Und, äh, ja, äh, nee, also, ich habe keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob sie haben die kommen. Ich glaube, sie haben die Kommentare bei YouTube auch ausgeschaltet. Ich müsste hier noch gerade eben nochmal gucken, aber ich glaube, sie haben sie abgeschaltet. Ich meine, wenn es wenigstens so schlecht wäre, so Holiday Special schlecht, aber das ist es ja noch nicht mal gewesen. Es war einfach nur schlecht schlecht. Ich gucke gerade mal eben, ob sie da die, die Kommentare von den Very Short Tracks. Ja, ich glaube, die gab, ich glaube, da gab es keine Kommentare dabei. Ich gehe gerade mal eben auf einen drauf. Ich glaube, so offizielle Kanäle, die machen mittlerweile Schalten auf, äh, doch? Die Kommentare sind nicht deaktiviert, aber muss ganz ehrlich sagen, da wurde ein Short Track am 27.09. also für über acht, fast acht Wochen veröffentlicht und der hat gerade mal 250.000 Aufrufe. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und, äh, ich gucke mir nochmal so ein paar andere von diesen Very Short Tracks an. 42.000 Aufrufe, 250.000, 120.000. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Das ist überhaupt nichts. Aber überleg dir doch mal, auch hier merkt man wieder, wie wenig Konzept einfach dahinter war. Wäre es eine Miniserie gewesen, wie wieder, dann lass es Star Trek Multiversum sein. Lass es eine wacky Timeline-Story sein, wo sich alle zwischendurch treffen in dieser Optik des Ganzen. Dann hätt's ja wenigstens auch nochmal einen Punkt gehabt. Aber hier hat, ja gut, sie haben es ein bisschen versucht zu verbinden, aber hier war so eine große Sinnlosigkeit da drin. Ich meine, die haben so einen George Takei dafür aus dem Ruhestand mehr oder weniger zurückgeholt, dass der was da einspricht. Und das soll das Letzte sein, was der für Star Trek gemacht hat? Also, bitteschön. Ähm, meh. Also, den Gedanken und den Pitch davon kann ich mir sehr amüsant vorstellen. Aber die Ausführung des Ganzen ist doch einfach nur auf Fremdschirm-Niveau gewesen. Ja, allerdings. Wobei sie auch eine Schauspielerin für die letzte Folge jetzt von Lower Decks wieder zurückgeholt haben, die auch, glaube ich, einfach nur einen Credit hatte in der entsprechenden TNG-Folge. Mit der, mit diesem Rogue Squadron, bla 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 auf der Akademie. Die haben sie auch nur für zwei Sätze jetzt bei Lower Decks wieder zurückgeholt. Die hat seitdem nie wieder geschauspielert. Das ist natürlich auch sehr, sehr spaßig. Aber ja, nee, also die Very Short Tracks gehören bitte... Ja, aber das ist ja dann wieder eine Hommage. Das ist ja wieder irgendwie was Kleines, so ein nettes kleines Easter Egg. Und nicht so ein George Takei, der anfängt zu singen. Wie die Parodie von, wie die Ballade von Bilbo Beutlin. Ja, 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 ja. Oh Gott, Leonard Nimoy hat das gesungen. Genau, genau. Das ist genau Bilbo Baggins Song. Das ist wirklich ein fieses Ding. Ja, zurück zu Luke und den Lower Decks. Ich hatte, also ich glaube, was mich an der Staffel einfach so ein bisschen gestört hat, war, dann kriegen wir halt in jeder Folge sozusagen immer dieses böse Raumschiff am Ende. Und dann dauert es bis zur vorletzten Folge, bevor damit überhaupt irgendwas gemacht wird. Das fand ich ein bisschen blöd, so irgendwie. Und dann war es so sehr... Ich weiß, es ist eine Cartoon-Serie, aber trotzdem hat es dann bei mir ganz viele Fragen aufgeworfen. Und wo hat der Locarno so viel Tech her? Wie schafft er es, ein ganzes Planetensystem, also Planetensystem oder ich glaube sogar ein ganzes Sonnensystem mit einem Schild zu umgeben? Das war mir dann irgendwie... Ja, es ist eine Cartoon-Serie. Nenn es albern, aber es war mir irgendwie ein Ticken zu drüber. Der kam mir so aus dem Nichts als Superwillen. Ich kann verstehen, wo er herkam und ich kann auch verstehen, wie sie es gemacht haben, weil letztendlich ist es ja dann... Also wenn man nicht jetzt irgendwie wieder einen großen galaktischen Krieg anfangen will oder eine große riesige Bedrohung, dann ist das ein nettes kleines Ding, was auch für so eine Cerritos gut zu handeln ist. Und da muss man ja sagen, das muss ich der Serie lassen, schau dir den Anfang an, der Cerritos-Crew in der Staffel 1. Und wie sie sich jetzt weiterentwickelt haben. Und die besten Star Trek-Serien, die entwickeln ihre Charaktere und ihre Crew weiter. Und das haben sie jetzt auch in dieser Staffel bekommen. Der Bäumler vom Anfang hat kaum noch was mit dem Bäumler jetzt zu tun. Und auch die Mariner ist gewachsen, auch wenn sie nur einmal zwei Schritte zurück, einen Schritt vorwärts gemacht hat. Und sehen wir hier, wie einfach die Lower Decks Ensigns sich zu langsam zu wirklich Leuten in der Führungsriege weiterentwickeln können. Und das finde ich schön an dieser Serie zu sehen. Einerseits diese Planet of the Week-Folgen, die sich wirklich abgeschlossen mit irgendeinem einigermaßen interessanten Thema und selbst wenn es nur eine wacky Prämisse wie die Höhlenfolge ist, beschäftigen. Aber andererseits dann auch die stetige untergründige Weiterentwicklung und das Wachsen der Charaktere. Und auch das ist wieder so ein Ding, was meiner Meinung nach viel Cartoon-Serien gut machen und gut können. Und das merke ich an dieser Serie, wie sie einfach es schaffen, die Charaktere wachsen zu lassen und erwachsen lassen zu werden. Also sonst wären wir ja auch bei den Simpsons. Also ich meine, sonst wären wir ja bei den Simpsons. Und sogar bei den Simpsons geht es nach, wie viele Staffeln sind wir jetzt? 35? Da geht es ja jetzt auch so langsam los, dass die Leute sagen so, Ah, okay, jetzt ist halt seit 35 Jahren ist halt Maggie halt ein Kleinkind und so. Keine Ahnung, das passiert glaube ich nur bei Tom und Jerry, dass man da nie nach Entwicklung fragt oder nach Roadrunner oder sowas. Ja, aber das ist ja das Ding, was die Leute noch im Kopf haben von Cartoons und wenn sie Cartoon-Serien schauen. Dass sie sich nicht entwickeln dazu. Dass sie sich nicht entwickeln. Und das machen Cartoon-Serien, Animations-Serien für mich mittlerweile zehnmal besser als der Content, der von anderen Serien produziert wird. Wir haben es eben bei der Loki-Besprechung, solltet ihr euch anhören, darüber gesprochen, wie viele Serien wir in letzter Zeit geschaut haben, die man so, die hat man weggeguckt. Aber es ist halt dieser typische Content und wie ich dann auf die Serie The Owl House gekommen bin, die in drei Staffeln ein Epos abfeiert, der faszinierend und richtig toll ist. Und Lower Decks lässt sich ein bisschen Zeit, die spielen mit diesem langsamen Aufbau und die spielen mit langsamen Worldbuilding, was sie hier haben. Ähnlich wie es vielleicht noch zu TNG-Zeiten nur gemacht wurde. Und das finde ich schön. Und wenn sie jetzt, also sie wachsen an ihren Aufgaben und die Aufgaben werden auch größer. Die Serietos ist nicht mehr das letzte Glied der Flotte, die die Second Contact machen müssen. Die kriegen jetzt größere Aufgaben und die meistern die größeren Aufgaben auch. Und ganz egal, wie man über einzelne Episoden oder über gewisse Dinge reden kann, das muss man dieser Crew und diesen Leuten dahinter, die das Ganze schreiben lassen, die wissen, wie die ihr Team aufbauen und weiterentwickeln. Da gebe ich dir vollkommen recht, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen sozusagen. Und deswegen gucke ich mir das ja auch gerne an, weil man jetzt so natürlich mal schaut, ich meine, wann sind die Lower Decks nicht mehr Lower Decks? Ja, das wird natürlich dann so das Nächste sein und sie werden sich dann auch irgendwann so ein bisschen verteilen müssen. Ich bin mal gespannt. So Tandy ist ja jetzt so, mal gucken, wie lange wir, das ist halt eben so der Punkt, ne? Die machen immer so einen Cliffhanger am Ende, um es dann in der nächsten Folge gleich wieder aufzulösen. Vielleicht lassen sie es jetzt ja mal ein paar folgen. Das wäre schön. Ich meine, auch als Bäumler zu Riker rübergegangen ist, das hat ja nicht allzu lange angedauert. Vielleicht trauen sie sich, jetzt das zu machen. Und vielleicht ist jetzt auch die Zeit, dass sie sich trauen sollten. Denn ja, die Serie läuft okay, soweit ich es mitbekommen habe. Aber es werden Serien heutzutage links und rechts gecancelt und nicht zuletzt ist auch das Flaggschiff des ganzen Star Trek Imperiums aus den letzten Jahren schon gecancelt worden mit Discovery. Und auch die Macher hinter Lower Decks haben gesagt, also die dürfen ja jetzt noch eine fünfte Staffel machen. Aber die rechnen auch halb schon damit, dass die fünfte Staffel die letzte Staffel sein wird, die sie machen dürfen. Okay. Das ist natürlich, da muss man sich über ranhalten. Ich meine, wir haben jetzt 40 Folgen insgesamt, vier Staffeln, aber vier Folgen, äh, zehn Folgen. Und dann hätten sie 50 dann. Genau, Mike McMahon hat gesagt, er könnte, er hätte Ideen bis hin zu zehn Staffeln. Er hätte Ideen, um Filme daraus zu machen und nochmal Crossover und Spin-Offs daraus zu machen. Aber ob er die Ideen umsetzen darf in dem heutigen Wirtschaftsklima für Serien und Filme, wo ganze Filme einfach der Steuer wegen abgeschrieben werden und wo jetzt, äh, Serien auch wieder zu anderen Networks hinwandern. Hier, Dings Prodigy hat gut ja von Netflix gekauft und Netflix released dann die zweite, äh, zweite Staffel. Aber ob darüber hinaus noch irgendwas passieren wird, ich weiß es nicht. Dafür ist Star Trek wahrscheinlich nicht erfolgreich genug, dass sie sich so lange über Wasser halten können. Also, ich komme wirklich gerade nicht über die Abo-Zahlen von dem offiziellen Star Trek YouTube-Kanal weg, ne? 115.000 Abonnenten, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also, da bin ich gerade echt, bin ich echt gerade ein bisschen negativ überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Also, hättest du mich gefragt, so nachts um drei geweckt, wie viele Abonnenten hat der offizielle Star Trek YouTube-Kanal? Ich habe gesagt, mindestens, mindestens eine halbe Million, wenn nicht sogar eine Million kratzen. Aber... Du, ich hätte, ich hätte dann gesagt, oh, die haben doch bestimmt ihre 10 Millionen. Also, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber 4, 5 Millionen, lass es 4, 5 Millionen sein. Für ein Franchise, das schon so lange besteht. Ja, also, da war ich... Aber hier, man sieht es ja, man sieht es ja auch an Lower Decks. Ich meine, wer wird jetzt noch Lower Decks in Deutschland gucken? Es wird auf Paramount Plus abgeschoben. Paramount Plus hat es sich von Amazon wiedergeholt und entsprechend wird der Erfolg sein. Und auf Amazon, glaube ich, konnte man noch ganz gute Zahlen reinholen. Aber auch hier, so, war nicht PK auch in der letzten... Nee, PK war noch da. Aber alles wandert jetzt in irgendwelche Ecken rum, wo keiner mehr Bock hat, für den nächsten Streaming-Dienst 10 Euro im Monat hinzublättern. Und ja, auch ich habe mir es dann einfach nur in eins mal schnell durchgeschaut, damit ich nicht lange bezahlen muss. Ja, das ist so. Und es ist sogar bei uns jetzt im Moment eine Phase, bei denen wir kein Prime haben. Wir haben aktuell kein Prime. Okay. Ja, wir haben jetzt irgendwann so festgestellt, so okay, wir bestellen zwar recht viel bei Amazon, aber dann ist es meistens so gebündelt, dass sich Prime jetzt halt wegen den Versandkosten jetzt nicht unbedingt so lohnt. Und dann lief es bei mir aus, bei Anja lief es halt irgendwie auch aus. Gut, dann haben wir jetzt Paramount Plus und dann noch, dann habe ich noch Magenta, Blapi Peng. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, was kommt denn da jetzt aktuell? Nichts, was uns jetzt so interessiert. Ja, lass mal kicken im Moment. Im Moment, das kann sich wieder ändern. Aber im Moment haben wir mal den Mut gehabt, einen abzuschaffen. Und ich bin mal gespannt, was der nächste ist. Ich schätze mal, Paramount Plus wird es allerdings dann wieder treffen. Weil abgesehen von Yellowstone und von Star Trek ist da jetzt schlicht und ergreifend einfach nichts drauf, was mich weiterhin noch interessiert. Also Yellow Jackets kann ich noch empfehlen, das hatten wir geschaut. Aber danach habe ich gerade das Paramount Plus abbestellt. Das nächste wird dann Apple Plus, TV Plus sein, was wir wieder gucken wegen For All Mankind und Monarch. Aber da werde ich wahrscheinlich auch ein paar Wochen verstreichen lassen, dass wir eins gucken. Bei Prime Video gucken wir auch sehr selten. Wir haben die zweite Staffel von God's Omen angefangen, aber auch nicht weiter. Genau, angefangen, richtig. Was aber gut ist, allein aber nur dafür lohnt es sich nicht zu machen, ist Gen V. Das Spin-Off von The Boys. Das ist noch härter als The Boys. Oh, was, okay. Ja, da sind ein paar richtig krasse Szenen dabei. Aber ich meine, mein ursprünglicher Punkt. Wer guckt heute, außer vielleicht Fans, die wir aus Chronistenpflicht oder weil sie es tatsächlich mögen möchten, die Serie noch weiter schauen. Und deshalb extra Paramount Plus abonnieren. Vor allem Ding, weil man ja in Deutschland den ganzen alten Schmökes, und es tut mir leid, wenn ich Schmökes dazu sage, weiterhin auf Netflix sehen kann. Ja, eben. Und ich glaube, dieses Paramount Plus Ding und das ganze Star Trek Franchise im Moment, da ist einfach, ich denke mir so, gib halt dem Mac May mal den Job vom Kurtzman. Schlimmer kann es nicht werden. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal die Inhalte. Oder lass es wieder mal ein paar Jahre ruhen. Ja, das wird schwierig. Ich glaube, das traut sich niemand, die Cash Cow dann da mal in Ruhe zu lassen. Auch wenn das natürlich mal irgendwie ganz schön wäre. Aber ich denke, an der Stelle brauchst du einfach jemanden, der, und das ist ja so ein bisschen das, wo ich mir so die Hoffnung setze. Ich meine, Disney kriegt ja jetzt gerade auch die Quittung für seine übertriebene Wir-möchten-s-allen-recht-machen-Policy. Und die Filme floppen reihenweise nach der Reihe. Die neueste Farce ist ja jetzt das mit den Zwergen bei Schneewittchen. Das ist ja unglaublich. Hast du das mitgekriegt? Da habe ich noch nicht mal was von mitbekommen. Also es gibt ein Remake-Forschung. Ich habe mir noch nicht mal den Real-Ariell-Film angesehen. Also pass auf, es gibt ja eine Real-Verfilmung von Schneewittchen jetzt demnächst. Von dem alten Disney-Film. Soll kommen, ja. Genau. Und nicht nur, dass sie halt jetzt auch wieder dann Schneewittchen mit einer Puerto Ricanerin besetzt haben und so. Haken dran wurscht. Nein, sie hatten auch erst Kleinwüchs... Nee, sie wollten keine kleinwüchsigen Darsteller nehmen, weil dann hatten sie Angst, dass sie dann sich der Diskriminierung aussetzen, weil da macht man sich ja über Zwerge, über Kleinwüchsige lustig, wo ich so denke so, hä, das sind Fabelwesen. Wir reden über Zwerge, ja, also Fabelwesen. Und auch die Community der kleinwüchsigen Schauspieler ist auf die Barrikaden gegangen, weil sie halt gesagt haben, ja, aber da hätten wir doch mal hier eine Rolle gehabt, mal wieder mal, ähnlich wie Peter Dinklage, mal ein paar neue kleinwüchsige Schauspieler mal weltbekannt zu machen und denen mal Rollen zu geben. Nein, man hat dann eben gesagt, wir nennen das, wir machen da jetzt so sieben magische Wesen draus und haben die dann mit normalen Schauspielern besetzt. Und das ist ihnen so um die Ohren geflogen im Internet, dass sie die jetzt auch komplett rausgenommen haben. Jetzt machen sie halt sieben CGI-Zwerge rein. Mit Knollennasen. Ach, also daran merkt man ja an diesen ganzen Remakes, dass Disney, also es ist klar, die waren immer schon Wirtschaftsunternehmen und klar, die haben immer das gemacht. Aber wir sind weit entfernt von irgendwelchen goldenen Zeitaltern, die wir mal in den 90ern hatten, wo eventuelle kreative Kräfte am Werk waren. Echt, die ganzen Remakes schauen sich die Leute doch nur an wegen der Brand Recognition. Nicht, weil sie Bock drauf haben, sich das anzuschauen, weil sie vielleicht mal wieder eine kleine Kindheitseränderung aufleben lassen wollen. Und da haben sie jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert. Warum ist halt auch Ariel weiterhin gefloppt oder hat nicht viel Einnahmen gemacht, während, weil die sehen nach ein paar Produkten, sehen die Zuschauer, dass es einfach nur noch Murks ist. Und deshalb kommen wir wieder zu unserer Content-Diskussion. Es ist alles nur noch Content. Und die Leute wollen nicht nur noch Content sehen. Sehen wir an Barbenheimer von diesem Jahr. Das klassische Beispiel, wo einfach, klar, hinter einem steht so ein Nolan hinter, Christopher Nolan. Und hinter anderen ist einfach so eine Markenmacht wie Barbie da. Greta Görwig oder wie die hieß. Aber es hatte ja sonst nichts mit bestehenden Film-Franchises zu tun, weil die Leute mal wieder was Frisches haben möchten. Und wir sind ja immer, hast du ja am Anfang der Folge und am Ende von Loki gesagt, wir sind ja auch drauf und dran vom Zug abzuspringen, weil wir uns einfach mal wieder was Frisches anschauen wollen. Und ich meine, unsere Download-Zahlen können wir so vergessen. Wir machen das ja nicht wegen der Quote hier, sondern wir machen, um einfach Spaß dran zu haben, darüber zu reden. Aber nächstes Jahr sind wir zehn Jahre dabei, Ende nächsten Jahres. Und man merkt, wie einfach die Zeit an einem zehrt, wenn es nichts Neues gibt. Exakt, wenn es halt wirklich nichts Neues gibt. Und ich glaube, das trifft auch, auch wenn wir jetzt in den Disney-Konzernen abgeschweift sind, das trifft halt auch auf Star Trek zu. Das ist einfach been there, done there, same same but different. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, da ist dann Lower Decks durchaus natürlich nochmal so eine kleine Erfrischung. Aber wenn man ganz, wenn man es jetzt böse formulieren will, es lebt am Ende halt auch nur vom Easter Egg Festival, ja. Ja, total. Ja, und es heißt, auch hier sind wir wieder auf dem Level, dass wir, oder dass sich Kreative sozusagen darauf ausruhen, was andere mal gemacht haben. Ja, und ich glaube einfach, dass, dass man das grundsätzlicher machen kann, weil diese Universen ja auch viel hergeben, aber gerade weil diese Universen so viel hergeben, kann man doch auch mal was Neues damit machen und mal was anderes machen. Und dann sind wir wieder bei, emanzipiert euch bitte von Spock und Co, emanzipiert euch bitte von den Skywalkers, ja, und und so weiter und so weiter. Da muss, oder da kann, glaube ich, Lower Decks noch einen Schritt weiter gehen. Und nach einer vierten Staffel hätte ich jetzt dann ganz gerne mal, dass man sich vielleicht doch ein bisschen weg von dem Easter Egg Feuerwerk, was seinen Reiz hat irgendwo, aber das trägt für mich einfach keine, keine zehn Folgen. Und dafür fand ich diese Staffel inhaltlich jetzt ein bisschen zu dünn, für mich, für meinen Geschmack. Ja, ja, es ist auch, es ist in der Tat nichts, was einen jetzt, also, wie ich es gesagt habe, ich schaue es mir gerne an, wenn es mal da ist und wenn ich es gucken kann. Aber es ist jetzt nicht, wo man jede Woche vorm Fernseher sitzt und, boah, ich will das nächste sehen, weil es so viel geil Spaß macht. Haben ja auch viele andere Serien so erreicht. Ja, lasst ein Tarantino was schreiben, auch wenn er keine Filme nach seinem zehnten Film mehr selber drehen will. Lasst ihn ein paar crazy Scripts machen, lasst ein paar Leute dran, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie etwas außerhalb der Norm schaffen können. Und, abgesehen von der Diskussion, dass wir was Neues brauchen, es ist ja noch nicht mal unbedingt was Neues, was wir brauchen. Wir brauchen Bekanntes mit einem neuen Twist. Kunst und Commerz wird nie was Neues geschaffen. Wenn ihr jetzt nicht vielleicht irgendwie so eine neue AI-Technologie hast oder irgendwas ähnliches, ist es alles bekanntes Storytelling, was aber seinen eigenen Spin in einer Generation bekommt und deshalb unglaublich viel Spaß macht. Und das bräuchten wir. Wir bräuchten frisches Blut, etwas, was einerseits die Kernbotschaft von Trek rüberbringt, aber auch Trek in Richtungen bringt, die wir noch nicht hatten, in Trek selber, dann macht doch eine ganz krass abgefuckte Serie, wo die Leute rumfluchen und wo die Psyche des menschlichen Wesens, die menschliche Situation nochmal auseinandergenommen wird und wo Leute durch einen Fleischwolf gedreht werden und ähnliche Situationen. Macht so ein Battlestar Galactica daraus. Ist 20 Jahre lang genug her, dass so ein Ding auch hier mal wieder funktionieren kann, weil wir es im Star Trek-Universum noch nicht hatten. Geht nochmal eine Stufe düster als DS9 mit einem Twist von Dr. Who dazu und, keine Ahnung, mit einer Ernsthaftigkeit von einem Oppenheimer. Dann haben wir schon wieder was ganz Neues. Man hat ja genug bekannte Sachen, die man durcheinander werfen kann, außerhalb des Star Trek-Universums, damit man was Neues im Star Trek-Universum erschaffen kann. Ja, eben. Also da, wenn ihr da, liebes Paramount, wenn ihr da mal in die hin braucht, ne, info at nerdizismus.de, dann kommt bei Michael raus, der liefert euch dann gerne ein paar Ideen rein. Ja, ich will jetzt auch nicht den Stab da drüber brechen und wir sind jetzt, weiß Gott, auch inhaltlich nicht großartig auf das Ding eingegangen, weil ich habe da einfach gar nicht so viel zu sagen. Ich bin schon froh, dass wir eine halbe Stunde rumgebracht haben. Ich muss einfach für mich mal so die Tage überlegen, hat das gerade im letzten Podcast ja auch schon gesagt, wo ich so ein bisschen hin will inhaltlich, weil als reiner Kommentator von Content, da ist ja meine Zeit ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Und ich liebe Star Trek, ich liebe Star Wars, aber ich muss mir echt darauf überlegen, wie ich mit diesen beiden Geschichten hier umgehe, weil es gibt einfach rechts und links dann doch durchaus auch Inhalte, die vielleicht gar nicht mehr besser sind, aber die zumindest mal frischer sind. Und das ist ja dann manchmal sogar schon zumindest mal was, was einen von den Sehgewohnheiten etwas mal hochholt. Und wenn es eben, wie den ich gestern endlich nachgeholt habe, der Spider-Verse 2-Film war, wie war das? Into the Spider-Verse, glaube ich. Der nächste ist Beyond the Spider-Verse. Ja, ja. Der jetzt zwar auch, weiß Gott, das Superhelden-Genre nicht neu erzählt, aber zumindest inhaltlich oder optisch extremst frisch daherkommt, vielleicht ein bisschen zu wild an manchen Stellen. Wir haben es über die Leinwand wie immer geguckt, das war manchmal doch ein bisschen eine Netzhautpeitsche. Aber der Film an sich, man konnte der Handlung folgen, er hat Spaß gemacht und das war soweit erst mal in sich ein netter Spider-Man-Film, der Lust auf mehr gemacht hat und nicht so das Konvolut an überbordendem Inhalt, sodass ich ja manchmal wirklich das Gefühl habe, dass die Drehbücher echt während dem Streikezahl von JetGPT geschrieben wurden, weil manchmal hast du echt das Gefühl, es kommt nichts Gescheites bei raus. Ja, ich meine, wir müssen ja auch aus unserer Komfortzone raus und wir müssen ja auch mal neue Sachen ausprobieren. So sieht es aus. Vielleicht machen wir scheiß irgendwas über Arthouse. Vielleicht gucken wir uns eine Arthouse-Serie an, die einen geistig so dermaßen fordert, dass wir komplett überfordert sind. Wir können mal, wir können mal. Oder wir werden unserem Bildungsauftrag gerecht, ja. Und weil früher ja alles besser war, man ja sowieso sagt, dass früher alles besser war. Und wir gucken mal wieder ein paar alte Sachen, ja. Oder so. Ihr da draußen, ihr kennt bestimmt noch nicht einige unserer alten Lieblingsfilme. Vielleicht sollten wir das mal machen. Also wir gehen auf jeden Fall mal in, Huns. Wir werden auch weiterhin über Star Wars und Star Trek und Co. reden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer geht es denn weiter? Wann kommt denn eigentlich das nächste? Wann kommt ein Discovery? Kommt das wieder im Winter raus, wie immer? Oder ist das wieder verschoben? Sie haben ja, glaube ich, immer noch kein Release-Datum dafür genannt. Sie halten ja das Ding irgendwie zurück, ob das jetzt so katastrophal geworden ist, dass sie sich nicht trauen, das auf den Markt zu werfen. Oder ob sie keinen passenden Slot dafür haben. Ich weiß es nicht. Das Ding ist seit zwei Jahren fertig, aber die trauen sich es nicht zu releasen. Streaming Start 2024. Genauer haben wir es noch nicht. Ja, in der Tat. Im Frühjahr. Was 2024 aber auch startet, ich meine, da lege ich ja viele Hoffnungen nächstes Jahr rein. In die Trisolaris-Serie von Netflix, The Three-Body-Problem, Die Drei Sonnen. Da hatte ich ja schon öfters mal drüber gesprochen. Ganz, ganz fantastisch, großartige Science-Fiction-Bücher von einem chinesischen Autor, die so wirklich abseits von dem allerlei stehen, was man so aus bekannten westlichen Sci-Fi-Romanen kennt. Und das wurde von, ja gut, von den beiden Game-of-Thrones-Produzenten umgesetzt. Oh, oh. Die konnten es ja in den ersten Staffeln, als sie eine Vorlage dafür hatten. Also ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie es auch hier schaffen. Und weil das, das ist tolles Science-Fiction. Und das ist auch mal andere Science-Fiction. Und wenn wir ein bisschen was von Alten und ein bisschen was von Neuen machen, dann vielleicht geht die Motivation von uns dann nochmal wieder ein bisschen höher. Du hast deine Live-Shows, ich habe meine neuen Serien. Vielleicht geht das ja auch. Genau. Und vielleicht wird ja auch Rebel Moon was. Wer weiß es. Wenn euch das heute hier dann gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt uns eine Nachricht an info at nerdizismus.de oder eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01525. Michael, wie geht es weiter? 964-7709. Exakt. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes Podcast Addict und bei Spotify. Könnt ihr uns auch Fragen und Bewertungen hinterlassen. Da antworten wir natürlich immer. Unseren Discord gibt es auch noch ab und zu. Schreibt mal jemand was. Ich gucke jeden Tag rein. Es wird also immer gelesen, wenn da was drinsteht. Von daher benutzt auch den. Im Januar wird es wahrscheinlich die nächste Live-Show mit dem Quitschke und mir geben von Nelly Christmas. Wir gehen ja noch mal live im Stream. Die nächsten Tage oder Wochen auf jeden Fall noch mal dieses Jahr. Und ich weiß gar nicht, ob wir es in dieser Folge und der letzten Folge angesprochen haben. Auf jeden Fall denke ich mir so, die Monarch, die Kaiju-Serie, das könnte was sein. Da habe ich jetzt auch den Trailer gesehen von Godzilla minus One. Das sah auch geil aus. Irgendwie vielleicht den Superhelden für mich durch. Vielleicht schwenke ich jetzt mal so in die Kaiju-Ecke rein. Mal gucken. Wieso nicht? Können wir mal gerne ausprobieren. Ja, also in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und bis die Tage. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ciao. Got pra Yoda. Message zu Mmarkel. Gesetz zu Somebody mathematisch. Gott tei ist zugrund. Danke. Auch hier. Alle Kont guste. Yoga. Alles ist da. Vielen Dank.